Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, DeFi und in diesem Video zeige ich euch den neuen Panzerkampfwagen III Ausführung L. In dem letzten Video habe ich euch ja schon den Panzer IIIe gezeigt, aber diesmal den III L. Die hier gezeigte Frontblende habe ich mit Einverständnis von TheLegoLukas kopiert und das ist auch das Hauptmerkmal, also die erweiterte Panzerung vom III L und auch unten beim Fahrgestell ist auch noch mal die 2 cm verstärkte Frontpanzerung. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf dem Fahrgestell ist auch noch eine kleine Kiste montiert, wo man zum Beispiel Munition für die Infanterie dabei haben kann. Danke fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben oder abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und um den Unterschied zu sehen, könnt ihr hier zu dem alten Panzerkampfwagen III Ausführung L, zu dem Stuck III Ausführung A oder zu dem letzten Video, nämlich dem Panzerkampfwagen III Ausführung E. Also bis dann. Ciao.